Hallo Leute und willkommen zurück zu PewDiePieLegendOfTheBroFist. Wir waren als letzte Zeit auf der Baumspitze. Ich habe mehrere Videos aufgenommen, aber die sind allerdings gewonnen. Und wir müssen jetzt die Kürbischluft weitermachen. Nehmen Pewds, alles fertig. Eppa! Ich bin jetzt schon, aua, dreimal durchgelaufen. Und ich hab's immer wieder verkackt. Beziehungsweise die Aufnahme verkackt. Ah! Gott damn you! Alles klar! Und hepp! Hepp! Lass uns das Skeleth runtergehen! Eppa! Boah! Dieses ekelhafte Kotzschicht! Eppa! Ja! Das ist perfekt das Screenshot! Hepp! Ah! Nee! Haha! Diding! Diese Sau trifft mich immer und immer wieder! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Lass mich in Ruhe! MLG Moves! MLG Moves! Wow! Haha! Oh ich hasse diese Wehrwölfe! Haha! Haha! Erstmal hier mehr Life geben! Alles klar Leute! Weiter geht's! Oh! Patty kann ich machen brauchen! Blöd! Ah! Ah! Das Barrel kann man doch kaputt machen! Das hat mich immer getroffen damals! Iiiiihihi! Jump! Ben! Run! Ah! Ben! Renn! 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 Auf den Kürbel! Ach! Hä? Kürbelst auf den Pilz! Nee! Okay! MLG Moves! Oh! Heppa! Waaah! Alles klar! Hopp! Aua! Aua! Okay! Life geben! So! Zack! Hä? Ja! Gut geschafft! Okay! Das war's mit PewDiePieLegendOfTheBrowFist! Wir sehen uns beim nächsten Video! Wir sind raus! Ciao!